Lange habe ich das schon angekündigt, jetzt ist es endlich soweit. Die ureigene Dattelzeit Fantasy Football Liga startet. Was Fantasy Football genau ist, habe ich euch ja bereits in einem Tutorial erklärt, verlinke ich aber auch noch. Und wie ihr seht, sind hier schon ein paar Teams drin. Ich habe ein paar Leuten Vorzug gegeben, die ich unbedingt mit dabei haben wollte, die ich von Twitter und sonst wie kenne. Und ja, jetzt wird die Anmeldung für alle geöffnet. Ich möchte mindestens acht Teams zustande bekommen, aber wie ihr seht, sind hier zwölf Plätze. Das wäre nämlich so das Optimum, das ich anstrebe. Und ich hoffe, dass da genug Interessenten dabei sind, dass wir die irgendwie vollbekommen zur Not, auch noch mit Kumpels und sowas. Irgendwie werden wir das schon schaffen. Wichtig ist nur, ihr sollt auch wirklich den Willen haben, die ganze Saison beizubleiben. Weil wenn ihr mittendrin geht, das bringt nichts. Also bitte, bitte nur anmelden, wenn ihr es auch ernst genug meint, da auch durchzuhalten. Aber keine Angst, mit dem Ernst, es sind hier alles Beginner, soweit ich weiß. Also bei den Dice-Wallers weiß ich das und ich glaube auch, die Loot-Base-Slackers und Warport-Buccaneers haben ihre erste Fantasy-Football-Saison. Ich bin meiner zweiten. Also wenn ihr Anfänger seid, ist scheißegal. Wir wollen nur Spaß haben mit dem Ganzen. Und ja, deswegen unbedingt anmelden. Über eine E-Mail an daddelzeit.official.gmail.com. Die Adresse verlinke ich auch unten. Am besten mit einem Betreff wie, wir haben hier den Daddelbowl, habe ich das genannt, hier oben. Entweder Daddelbowl oder Fantasy-Football. Und am besten auch irgendeinen kleinen Satz. Ich möchte einfach sicher gehen, dass hier nicht jemand ganz zufällig Englischsprachiges rangekommen ist und einfach nur sieht, ohne Fantasy-Football-Liga, da melde ich mich mal an. Nein, es soll auch so ein bisschen mehr oder weniger die Community auch sein. Und falls unter euch auch ein YouTuber dabei ist, ich habe keine Probleme, wenn ihr aus der Fantasy-Football-Liga in irgendeiner Form Videos macht, mit Analysen, Wochenrückblicken, was auch immer, macht das ruhig, habe ich nichts gegen. Das stärkt eigentlich eher noch den Spaß. Und ja, ein paar Dinge kann ich euch noch zeigen, wo jetzt die Formalität geklärt ist. Wenn ihr diskutieren wollt oder so, gibt es hier nämlich eine Möglichkeit, schöne Nachrichten zu schreiben, Hallöle und sowas. Ich habe hier ja schon mal geschrieben, schon mal vier Teams vor dem Info-Video. Was habe ich denn da geschrieben? Ja, da sieht man mal, nicht alles ist Gold, was glänzt. Da habe ich irgendwie Mist gebaut. Das können wir ja noch mal editieren, dürfen wir ja nicht. Machen wir das einfach mal ganz flott auf die schnelle Welle. Genau, einmal schön das Ganze vor dem Info-Video, das ich gerade aufnehme. Wunderbärchen. Zack, da erscheint es und ihr könnt das lesen. Da kann man also auch schön Diskussionen machen. Transaktionen sind hier auch noch mal extra. Da könnt ihr dann sehen, was an Transaktionen durchgeführt wurde. Und ein paar andere Sachen möchte ich euch auch noch unbedingt zeigen, die gar nicht mal so unwichtig sind für das Ganze. Erstmal, my team, ist gar nicht mal unwichtig. Da habt ihr normalerweise euer Team, wo ihr dann immer die Aufstellung hier machen könnt. Zum Spieltag ist natürlich jetzt ein bisschen nicht existent, weil der Draft noch erst stattfinden muss. Beim Draft, da wären nämlich die Teams gewählt, auch im Tutorial beschrieben, wie das so ein bisschen abgeht. Aber da habe ich erwähnt, dass es auch Pre-Draft-Rankings gibt, die man selbst machen kann. Denn das ist die Ansicht, wie ihr es normalerweise mehr oder weniger beim Draft hättet. Und wenn ihr Spiele auswählt, habt ihr so die, die von den Experten mit Rückblick auf 2017 seht ihr die Punkte, die sie gemacht haben. Und die Projection, also die vermutlichen Punkte, die sie dieses Jahr machen. Da könnt ihr euch nach Position anzeigen, welche top gelistet sind. Aber wenn ihr sagt, nö, meine Prioritäten liegen woanders, dann könnt ihr hier Edit Overall Pre-Rank. Und dann könnt ihr einfach sagen, okay, bei mir steht von net an erster Stelle. Dann kann ich den, ups, da, den Jungen hier nehmen und zack, so machen. Dann ist Camaro dahinter, Bell. Und dann könnt ihr euch selbst ein Ranking zusammenstellen, wie ihr das gerne haben würdet. Und das erleichtert euch dann im Draft entsprechend die Position, die ihr besetzen wollt, die Spieler passend zu finden. Also macht euch unbedingt so eine Draft-Liste. Wenn ihr nicht dabei sein könnt, ich glaube, dann wird die Draft-Liste auch genommen für eure Prioritäten. Also könnt ihr selbst einstellen, dass dann nach Möglichkeit weit vorhanden sind, diese und jene Spiele im Draft genommen werden, wenn ihr nicht vor Ort sein könnt. Und, ach, das kann ich auch noch machen. Äh, machen wir mal hier auf Done. Wo haben wir das denn? League Manager, da, Live-Draft, scheduled for Friday, August 31. Also wir haben hier am 31. August den Draft, das ist ein Freitag. Äh, ich glaube, das ist ein Tag, bevor die finalen Rose-Tester-Mannschaften feststehen. Ähm, aber am 1. und 2. kann ich nicht, weil ich da auf dem Mittelaltermarkt bin. Deswegen auf den Freitag gelegt. Glücklicherweise fällt meine Rollenspielhunde an dem Tag aus. Äh, da muss sich also niemanden verstoßen. Das ist ganz angenehm. Ansonsten noch interessant. Game Center, nee, Game Center. Da könnt ihr beim Spieltag dann sehen, wie abschneidet es denn alles mit Live-Bepunktung. Ihr könnt also 2-3 Sekunden nach dem Wurf oder sowas, kriegt ihr gleich die Bepunktung für die Spieler. Ist auch richtig geil. Players, da, genau, Undroppable Players. Den Aspekt kann ich auch nochmal angehen. Undroppable Player bedeutet nämlich, dass das Spieler sind, wenn ihr die bekommt. Ähm, die könnt ihr nicht einfach wegschmeißen, um euch einen neuen zu holen, außer wenn die verletzt sind. Äh, ihr seid also an die Spieler gebunden. Ich glaube, ihr könnt sie handeln mit anderen Spielern. Das glaube ich schon. Aber ansonsten könnt ihr die nicht einfach auf den freien Markt werfen, weil das einfach zu hohen Marktwert haben, die Spieler, um sie einfach fallen zu lassen. Das ist quasi so eine kleine Regelung. Daran muss man sich dann halten, ne? Also, Undroppable Players, seid vorsichtig damit. Aber eigentlich sind das Spieler, wenn die nicht verletzt sind, sollten die eigentlich recht zuverlässig punkten. Also, so zumindest die Annahme. Beim Draftcenter, genau. Es gibt hier die Möglichkeit, Mockdrafts zu machen. Das bedeutet, ihr könnt hier einfach Gruppen joinen. Ich glaube, auch mit euren Draftlisten. Ähm, um einmal den Draft für euch durchzuspielen mit diesen Leuten. Das hat nichts mit der Liga zu tun. Das ist einfach nur, um einmal durchzuspielen, zu gucken, was für Spieler werden von anderen genommen. Ist ganz interessant, äh, das mal zu sehen. Ich habe es zwar selbst nur einmal gemacht, letzte Saison. Äh, nur mal so ein Feeling zu bekommen, aber war ganz interessant. So, Research, ja. Das wird so zwischen den Spieltagen auch eine schöne Sache sein. Weil euch, äh, dieses ganze Fantasy-Football mit Statistiken richtig vollballert. Da könnt ihr sehen, Scarring-Leaders, Elite-Performers, Player-Trends auch. Da könnt ihr sehen, in wie viel Prozent der Ligen zum Beispiel Spieler, bestimmte Spieler vertreten sind. Äh, suchen wir zum Beispiel Quarterback, ne? Ein Tom Brady, der wird sicherlich in fast jeder drin sein. Da, Tom Brady. In 100 Prozent der Ligen ist er vertreten. Oh Wunder, oh Wunder. Wobei kann man auch hier anzeigen. Drew Brees auch überall. Aaron Rodgers überall. Russell Wilson. Die Sean, äh, Watson auch. Und da könnt ihr euch auch anschauen, mit wie viel Wahrscheinlichkeit könnt ihr damit rechnen, dass ein Spieler dabei ist. Ähm, Fantasy-Football ist eine Wissenschaft für sich. Da gibt es, äh, ganze Magazine in den USA, TV-Sendungen, Podcasts und was nicht alles. Also, man kann sich echt satt informieren. Es gibt viele Top-100-Listen mit Rankings und sowas. Es gibt ja auch hier schon Player. Ähm, hier gibt es auch schon Experten-Rankings, ne? Das ist ja, wie vermutlich die Bepunktung ist, ähm, könnt ihr euch alles anschauen. Auch hier gibt es immer wieder in diesen Dingen hier, und ich glaube auch irgendwo anders sind die zu finden, irgendwelche Top-Sleepers, also die Top-Spieler, die noch darauf warten, ihren Durchbruch zu haben und was nicht alles, oder welche man aufstellen sollte und welche nicht, wo dann auch Experten ihren Senf dazu geben. Ganz viele interessante Sachen. Und da werde ich sicherlich auch nochmal in den einen oder anderen Aspekt reingehen. Und wenn die Liga läuft, werde ich auch, denke ich, wöchentlich irgendwelche Rückblicke machen, zu sehen, welche Teams haben hier gut performt und ich bin jetzt wieder in der falschen Liga drin. Ich habe nämlich auch noch eine andere, in der ich spiele. Ha! So. Dadelzeit, Bacaneers. Ja, dat is es. Oh ja, das ist noch eine letzte Sache, die ich euch zeigen kann, die eigentlich keinen spielerischen Wert hat, aber interessant ist. Manage. Einmal kann man hier Liga-Settings, so, mache ich mal einen Tab auf, kann man sich anschauen. Und was wollte ich eigentlich machen? Hehe, wenn ich das wüsste. Draft Management. Add a Draft Order. Okay, kann man auch hier offenbar machen. Nee, ich wollte was anderes machen. Nee, My Team, da muss ich rein. Und dann unter... Nö. Verdammt, wo ist das? Ja. Wenn man einmal was zeigen will, dann funktioniert es natürlich nicht. Add a Settings. Ja, ich glaube, hier war das drin. Da könnt ihr euch hier Team-Logo aussuchen. Bei mir waren es hier die Bacaneers, weil das meine Lieblingsmannschaft ist. Könnt euch Hintergrund aussuchen und zack. Könnt auch ein eigenes Logo. Submit. Und schwuppdiwupp habt ihr hier euer Logo drin. Ich bin ja bisher der Einzige, der noch mit dem eigenen Logo... Aber ich hoffe, nach dem Video werden einige von euch gleichziehen, ne? Aber nicht unbedingt alle Bacaneers. Ich möchte ja noch irgendwer kenntlich bleiben. Oder zumindest mit einem anderen Muster. So, wenn nämlich sicherlich da sind Bacaneers. Und ich glaube, ein anderer könnte auch noch kommen. Einfach minimal anders, damit man sich unterscheiden kann. Aber Bacaneers könnt ihr natürlich gerne nehmen. Ich sehe ja gerne das Logo. So ist es nicht. Genau, ansonsten an den Leak-Settings... Och ne, daran wollte ich ja gar nichts. An den Scoring-Settings... Ja, könnt ihr euch, glaube ich, auch anschauen in eurer Ansicht. Nur nicht verändern. Da steht dann genau, was für Bepunktungen auch nochmal dabei sind. Aber das sind alles die Standard-Bepunktungen, die ich auch im Tutorial drin habe. Ja, sehr viel Eigenwerbung. Muss aber auch sein. Weil da halt auch einiges drin steht. Beziehungsweise drin zu hören ist. Und deswegen verlinke ich das ja noch. Genauso wie die E-Mail-Adresse. Und ich hoffe dann auf zahlreiche Anmeldungen. Und hoffe, dass das Video nicht zu lang geworden ist. Deswegen habe ich auch die wichtigsten Informationen am Anfang gemacht. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich bald in der Fantasy-Football-Liga. Und die anderen Leute, denen das nicht so interessiert, hoffe ich, dass die Inhalte einfach nicht so verschrecken. Also, ciao, ciao!